Ich dachte mir schon, dass Luke wiederkommt. Gott sei Dank. Hey, Moment, den kennen wir doch auch. Den, den kennen wir doch. Du bist besser hier und sehen Bill. Er mag nicht warten. Er war auch mehr freundlicher, glaube ich. Rebecca! Sie ist eine schwere Frau. Er hat sich mit schwachen Männern verletzt. Ich habe nicht die meine Kindheit gegründet. Geh in hier. Du bist sicher, dass du mir die Wahrheit erzählst, wenn du da bist, wo du bist. Und du wirst nicht in dieser Stimme endet. Du könntest nicht glauben, das nach dem, was passiert ist, aber ich liebte Reggie. Er war ein lustiger Mann. Er hat Dinge gescheitert. Du brauchst Leute wie das. Es ist leicht, dass die Depression in die Zeit geschehen. Aber er war schwach. Und ich meine nicht nur, weil er gemeint war. Das war nicht sein Problem. Er war schwach von Willen. Und schwach von Charakter. Und wir können das hier nicht mehr haben. Nicht mehr. Jetzt mit dem, was wir am Ende haben. Du musst, dass du mitzunehmen kannst. Ich verstehe. Ich wusste, dass du eine wunderschön warst. Sie sehen, Reggie hat uns zu risch mit seiner incompetenten. Er hat eine Strecke geschehen. Er hat eine Strecke geschehen. Kötter einen, um zu retten zu retten, ist ein Teil der Überleben. Es ist eine der schwersten Entscheidungen, die eine schwachste Person nicht machen können. Das ist die Frage, dass es zu Menschen wie uns, um sie zu führen, um sie zu führen. Um sie zu führen. Du verstehst? Ich wünsche, dass es anders war. Aber sie sind schmerzen und wir sind stark. Das ist die Frage, dass es unsere Verantwortung für die Schwerden zu steigen. Um sie zu halten. Sie sind nicht so, wie sie zu führen. Ich bin nicht so, wie sie. Ich weiß es, wenn ich es sehe. Und wir sind mehr als du denken. In der Fall, ich denke, dass du es glaubst. Aber du bist noch nicht mit dem, was du es noch nicht. Keine Art, dass du so lange durstest. Ich habe es in der Kabe. Du hast Angst. Aber du hast mich direkt in den Augen. Du hast deine Nerve. Das ist das, was wir brauchen. Wenn wir über das Ganze übergehen, Das nächste Generation muss noch stärker sein, als die letzte, um uns zu führen. Kinder wie du, auf die richtige Weise. Wie meine Kinder werden. Es ist nicht diese Hörte, die mich auf der Nacht. Wir können das. Es ist nicht zu wissen, ob ich jemanden, um das alles zu geben. Aber ich bin nicht mehr über das. Was, wenn es nicht von dir ist? Also, wenn es das wahr ist. Es ist meine jetzt. Okay, jetzt. Bill? Du bist da? Ja? Ich bin hier. Die Tür der Böde ist verletzt. Troy hat es wirklich nicht aus. Wie schlecht ist es? Es sind die Tür, damit es nicht öffnet. Ich glaube nicht, dass es eine emergency ist oder was. Aber es ist etwas, was Stan sollte sich anschauen, wenn er kann. Ich werde ihn auf. Aus. 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 Wenn du durch eine Herd von Walkers gehst, dann solltest du wissen, dass du von der Jump nicht mehr wirst, dass es nie funktioniert. In der eigentliche, ich mache das immer alles. Erstens, ich höre dich sagen, und es ist einfach eine verrückte, verrückte Scheiße. Hush, was du genau meinst, wenn du dich selbst und der Schmerz, rubst du die Walker Guts all über dich. Ich kann dich nicht aus einer von ihnen erzählen. Jetzt weiß ich nicht, wer ist verrückter. Okay, was are we waiting for? Let's get that stupid radio. We still have to find a way to get in the stock room. I got a plan for that too. Come on kid, gonna need your help. Where the hell did she come from? We just need to use the winch, she can just climb up from there. Then just drop into one of the skylights over the stock room. There are shelves and stuff for you to land on, so you probably won't fall to your death. Great. That thing breaks all the time. Unless something's changed, it won't support much weight. Come on, up and at them. Don't push her, Kenny. She's our best bet. I mean that, Clem. Now or never, I guess. That's my girl. We gotta get that rope down. Mike, you wanna boost her up? Come on kid. Don't let go. I got you. Let's try it. Let's try it again. 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 I don't think they're the sharpest guards in the world. But they're no idiots either. They see you not in your bunk. We're all done. Shit. He's coming back. I gotta let you go. I can't stand here. Grab something. Schnell an die Leiter. Alter. Das sind ne Menge Zombies. Da oben ist ne blöde Wache. Aber. Der hat ein Funkgerät. Nein. God damn. So you're not sure? What about how many there are? Yeah. How can I be? Fuck. I hope they pass by us. God, yeah. Is it great this time? I don't know. Bill thinks we are. Of course he does, but he thought the same thing last time. We learned a lot since last time. Is it enough though? We'll find out if they turn this way. Yeah. Yeah. So, the question is, how come we back? Go ahead. Okay. Alright. Hinten weiter? Nein. Shit, was machen wir jetzt? Da können wir noch hin. Da kommen wir runter. Die Frage ist nur, wo kommen wir da hin? Wir hätten besser mal auf euch reingeguckt. Okay, wir sind hier in der Haupthalle. Oh, Jackpot. Wir müssen uns auf jeden Fall anschleichen. So, jetzt müssen wir da runter. Weiter, weiter. Oh, ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich glaube, wir werden es jetzt schon benutzt. Ich will das nicht benutzt. Ich habe nie mehr benutzt, wenn es ein Lichtbüßung oder nichts ist. Ein bisschen anders, wenn es die menschliche Menschen herumlaufen. Ich gebe dir das. Diese blöde Jacke da wird uns doch irgendwann verraten. Oh. 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 Schwein gehabt. Psst. Psst. You get him? Okay, jump down. I got you. We best get in bed. Troy will be back any minute. Well? Got him. Damn, that was really close. Everybody stay where you are. No need draw on suspicion. That was so cool. Thank you, Clem. I told you you probably wouldn't die. Nice job. Thanks. Yep. Anyway. Get some rest. I thought about Duck today. About his dumb little face. First things that come to mind are always the dumb things he was doing. Kid was always running in circles. Every damn place he went. He just run. He couldn't stop him. Makes it harder to remember. He was a good boy. Well, long day tomorrow. One long day. So what is this? So what is this? We'll be doing this. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back.